Heute ist ein aufgeregner Tag. Hallo liebe Zuschauer, denn ich habe ein neues Paket erhalten. Kann es kaum erwarten, das Paket hier aufmachen und schauen mit euch zusammen, was ist drin. Ich liebe es, Pakete auszupacken, das ist immer so wie ein Geburtstag, Weihnachten, alles zusammen. Also lasst uns gemeinsam dieses Paket aufmachen und zu sehen, was ist drin. Ich hoffe, es ist etwas wirklich Spannendes drin und ich freue mich, mit euch alle das teilen. Lasst uns loslegen und gucken, was ist drin. Und was denkt ihr, was ist drin? Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Wie dein Baby. Ich liebe diesen Klebergeruch. So meine Lieben, das war drin. Ich freue mich schon auf neue Outfits, Stylen mit diesen Schuhen. Ich danke für's Zuschauen und bis nächstes Mal.